Die wunderschöne Region Donegal befindet sich im Nordwesten Irlands und ist das perfekte Ziel für Ihren nächsten Familienurlaub. Donegal hat die längste Küste Irlands und bietet aufregende Aktivitäten für die ganze Familie. Ihre Abenteuer entlang des Wide Atlantic Way beginnen hier. Entdecken Sie atemberaubende Strände und Inseln, die vielfältige Kultur der Bewohner, abenteuerliche Klippen und Felsnadeln sowie vieles mehr. Donegal in Irland lässt keine Wünsche offen.